Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit Chlorint. Wir haben weitere Infos zu ihren Fähigkeiten und so weiter. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, ob auch wieder so ein Erklärungsvideo kommt, beziehungsweise ein weiteres Vorschau-Video für sie. Kam jetzt nicht, normalerweise wird es eigentlich immer recht zeitnah gepostet. Wahrscheinlich wird es noch gepostet oder es kommt ausnahmsweise keins, weiß ich nicht. Aber ich wollte es einfach trotzdem uns angucken, weil es schon zwei Tage alt ist, sonst heißt es wieder, wo bleibt das? Äh, denn wenn ich mein Schwert zücke, tue ich dies einzig als ein Werkzeug des Rechts von Fontaine, Kerzenträgerin, Hescherin der Schatten, Chlorint. Hallo Reisende, heute stellen wir euch die unbesiegte Duellrepräsentantin vom Hof von Fontaine, Chlorint, vor. Sie repräsentiert das Gesetz und die Ordnung von Fontaine. Mit dem Schwert in der Hand bewahrt sie die Gerechtigkeit des Hofes von Fontaine. Ein göttliches Auge Elektro, Waffe ist Einhänder, Sternbild Raperia, Geburtstag, 20. September, Zugehörigkeit zum Gericht. Chlorint ist eine Angriffsfigur, die in der Lage ist, verschiedene Angriffsstrategien anzuwenden, je nachdem, wie sich ihr Eid des Lebens verändert. Chlorints Elementarfähigkeit ermöglicht es ihr in den Zustand Nachtpatrouille einzutreten. In diesem Zustand feuert sie Mosketenschüsse ab, die ihren Eid des Lebens erhöhen und führt Klingenvorstoß aus, die ihre LP auf der Grundlage ihres Eid des Lebens wiederherstellen. Ist der Wert ihres Eid des Lebens niedrig, verursachen ihre Schüsse mehr Schaden und haben einen Durchschlagseffekt. Ist der Wert ihres Eid des Lebens hoch, erhöht sich die Reichweite ihrer Angriffe und der verursachte Schaden. Ihre Spezialfähigkeit verleiht ihr ein Eid des Lebens und verursacht Elektroflächenschaden. Die Spezialfähigkeit einfach in einem Satz zusammengefasst. Ja, das sind die Vorschau-Materialien für den Aufstieg von Talenten und Figur selbst. Und dann haben wir auch schon die erste Preview. Standardangriff Eid der Schattenjäger. Sieht ziemlich cool aus. Wow, okay, coole Abschlussanimationen. Weil man die wahrscheinlich nicht so häufig sehen wird, weil offensichtlich unterbricht man dann den Kampf. Nur dann kommt die Animation, was man im direkten Kampf so gut wie niemals machen wird. Okay. Ja, führt bis zu fünf Schwertfieber aus. Heftiger Schlag, verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und feuert eine flächenförmige Salve Unterdrückungsfeuer ab. Ach, das war Unterdrückungsfeuer? Ich dachte, die hat einfach weggekickt. Ah, tatsächlich. Hat man gar nicht richtig gesehen. Das sah einfach aus wie ein Schwertieb, okay? Dann, nächtliche Jagd. Was haben wir hier? Damn, das sieht schon ziemlich cool aus. Das passiert so viel. Sie schießt die ganze Zeit mit ihrem Ding. Stürzt auf die Gegner und dann schießt sie nochmal. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Okay. Chlorint macht ihre Pistole breit und tritt in den Zustand Nachtpatrouille ein, indem sie Klinge und Schusswaffe kombiniert. In diesem Zustand wird ihr Standardangriff zu Wilde Jagd und der von ihr verursachte Schaden wird zu Elektroschaden, der nicht von anderen Elementen überdeckt werden kann. Wobei sie keine heftigen Schläge ausführen kann. Löst sie ihre Elementarfähigkeit aus, wird diese durch nächtliche Durchbohrung ersetzt. Hierbei führt sie einen Klingenvorstoß aus, womit sie ebenfalls Elektroschaden verursacht. Der Schaden des oben genannten wird als Schaden des Standardangriffs angesehen. Der Zustand Nachtpatrouille wird entfernt, wenn Chlorint ausgewechselt wird. Und der hält ewig an, oder wie? Wait. Also der endet dann gar nicht mehr? Okay. Na gut, klingt eigentlich recht simpel. Du machst halt Elementarfähigkeit, dann bist du in diesem Zustand. In dem Zustand kriegst du eine andere Elementarfähigkeit, einen Klingenvorstoß. Und zeitgleich deine Standardangriffe, du kannst keine heftigen Schläge machen. Und deine Standardangriffe sind halt Klinge und Schusswaffe in Kombination, die beide jeweils Elektroschaden verursachen. Okay. Und. Wait. What the hell is happening? What the hell is happening here? Was zum Teufel? Das sieht crazy aus. Was war nochmal wilde Jagd? Das ist einfach der Standardangriff. Eides Lebens ist größer oder gleich 100% ihrer Max-RP. Sie feuert ihre Pistole ab. Eides Lebens liegt unter 100% ihrer Max-RP. Die Schüsse, die Chlorent abfällt, gewähren ihr eine gewisse Menge Eides Lebens, basierend auf ihren Max-LP. Und durchschlagen Gegner, wobei der Schaden, den sie Gegnern auf ihrer Flugbahn zufügt, erhöht ist. Okay. Das ist einfach nur nochmal die Erklärung mit dem Eides Lebens. Okay. Ja, tatsächlich. Man sieht den durchschlagenden Schaden, ne? Die kriegen alle Schaden. Aber nur eine Zeit lang. Ja, genau. Okay. Talente. Nächtliche Jagd. Achso, das ist jetzt die nächtliche Durchbohrung quasi. Das ist die nächtliche Durchbohrung. Das ist quasi die zweite Elementarfähigkeit, die man hat, wenn sie nächtliche Patrouille aktiviert hat. Okay. Sieht von allem, was wir bisher gesehen haben, irgendwie am schwächsten aus, tatsächlich. Nächtliche Durchbohrung. Entsprechend des aktuellen prozentualen Anteils von Chlorints Eides Lebens wird der Effekt von nächtlicher Durchbohrung bestimmt. Oh Gott. Es gibt drei verschiedene Versionen davon. Beträgt Eides Lebens 0%, führt Chlorint einen Klingenvorstoß aus. Liegt der Eides Lebens unter 100% von Chlorints Max-LP, werden Chlorint-LP basierend auf dem Wert von Eides Lebens wiederhergestellt und die Reichweite von nächtlicher Durchbohrung und deren verursachter Schaden erhöht. Okay. Liegt Eides Lebens über oder bei 100% von Chlorints Max-LP, führt sie nächtliche Durchbohrung packt aus. Hier werden noch mehr AP wiederhergestellt und die Reichweite von nächtlicher Durchbohrung sowie der verursachte Schaden werden ebenfalls noch weiter erhöht. Hm, okay. Also einfach, je mehr Eides Lebens du hast, desto mehr Schaden machst du auch. Das ist jetzt das, was ich hier rauslese. Für 40 Chlorint außerdem im Zustand nach Patrouja ist jeder Heilung mit Ausnahme von der durchnächtlichen Durchbohrung wirkungslos. Stattdessen werden die ihr gewährten Heileffekte prozentual durch Eides Lebens für sie ersetzt. Und sie hat Arke Osia. Aber was ist das noch in regelmäßigen Abständen gibt? Beim Treffen mit Chlorints will die Jagd an der getroffenen Stelle eine Wogenklinge nieder, die mit Osia versehenen Elektroschaden verursacht. Achso. Also dieser Zusatz, der gefällt mir irgendwie gar nicht. Mit diesem Eid des Lebens und während Eid des Lebens oder während Nachtpatrouille in dem Fall, was mehr oder weniger das Synonym dafür ist, ist sämtliche Heilung durch andere Quellen quasi wirkungslos aus ihrer eigenen Fähigkeiten. Also wenn es mal ein, zwei Charakter gibt, die das haben, okay. Aber jetzt kommen zwei Charakter back to back raus, die das beide haben. Ach, I don't know. Also ich finde das bei Arlecino schon echt ätzend, dass man sie gar nicht heilen kann. Also keine Ahnung, ich hätte es halt auch cool gefunden, wenn es wirklich nur so 20% gewesen wären oder so. Aber dass man sie gar nicht heilen kann, außer mit ihrer Spezialfähigkeit, ist halt schon echt tricky. Gut, hier ist es zum Glück die Elementarfähigkeit. Hier wird es wahrscheinlich leichter sein bei Chlorint. Aber ich bin kein Fan davon, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil das macht ja irgendwie den Heiler im Team auch ein bisschen nutzlos. Oder nicht nutzlos, aber halt, ja, der Heiler wird dadurch einfach wesentlich weniger wichtig, weil die Figur selbst sich um ihre eigene Heilung kümmern muss. Und damit hast du ja quasi für eine von drei Figuren schon, naja, einen überflüssigen Heiler, kann man fast sagen. Und ja, das ist halt irgendwie, ist dann nicht so ganz so kompatibel, kann man sagen. Das finde ich irgendwie echt nicht so geil. Das ist ihre Spezialfähigkeit, die viele Leute schon wegen der geilen Animation gelobt haben. Gewährt sich selbst auf der Basis der eigenen Max-AP Eid des Lebens, greift mit Klinge und Pistole im Einklang an, wobei sie Elektroflächenschaden verursacht. Finde ich sehr schade, dass sie es hier nicht an einem Gegner demonstriert haben. Aber die Animation auf jeden Fall spricht für sich, sieht hammergeil aus. Passives Talent Finsternis zersetzende Flamme erhöht den mit dem Standardangriff von Sterbende Lichtstrahlen verursacht der Elektroschaden um 20% von Chlorints Angriff, nachdem Truppenmitglieder in der Nähe bei Gegnern Elektroreaktionen ausgelöst haben. Dieser Effekt hält 15 Sekunden und ist dreifach stapelbar. Die Wirkungsdauer jeder Stapelung wird unabhängig voneinander berechnet. Der maximale Schadensbonus für die oben genannten Angriffe von Chlorint, der auf diese Weise erreicht werden kann, beträgt 1800 Punkte. Passives Talent Vergütung des Paktes Erhöht, wenn der Wert von Chlorints Eides Lebens mindestens 100% ihrer maximalen LP beträgt, ihre KT um 10%, sobald sich der Wert ihres Eides Lebens erhöht oder verringert. Hält 15 Sekunden und ist zweifach stapelbar. Wirkungsdauer jeder Stapelung wird unabhängig voneinander berechnet. Verstärkt zusätzlich den Zustand Nachtpatrouille von nächtlicher Jagd. Erhöht während der Wirkungsdauer den Prozentsatz der Heilung, der in Eides Lebens umgewandelt wird, auf 100%. Gut, das sind eh passive Talente, also ich sag mal so, man muss sie nicht unbedingt verstehen, weil sie sind sowieso immer dabei. Aber gut, ist eh nicht so schwierig, weil wenn der Eides Lebens mindestens 100% ihrer maximalen LP beträgt, das ist ja sowieso das, auf das man hinarbeitet. Dann kriegt man auch noch diesen zusätzlichen Schadensbonus, den wir uns vorher angeschaut haben. Gut, das war alles zu ihren Fähigkeiten. Reden wir gleich nochmal drüber. Streitigkeiten sind in Fontaine regelrecht an der Tagesordnung. Ein Konditor könnte einen anderen beschuldigen, sein Rezept gestohlen zu haben und nicht nur das, er habe auch die Blasenmandarinen-Schale durch Minze ersetzt und damit nicht nur sich selbst, sondern auch das Dessert selbst in Verruf gebracht. Ein Bühnenautor wirft einem übereifrigen Leser vor, nicht nur seinen Stil zu imitieren, sondern auch einen zum Verwechseln ähnlichen Künstlernamen. Selbst die Presse kann die beiden kaum auseinanderhalten. Ein Händler wiederum beklagt, dass ein Geschäftsrivale ihn mit unfairem Wettbewerb überzieht, indem dieser ständig seine Preise verändert und seinen Laden provokativ direkt gegenüber eröffnet hat. Fast jeder behauptet, im Recht zu sein und appelliert unablässig an die Unterstützung der Passanten, in der Hoffnung, die Menge zu überzeugen und sich vor dem Gericht der öffentlichen Meinung durchzusetzen. Oh, jedes Mal. In den meisten Fällen lassen sich solche Streitigkeiten relativ leicht beilegen, entweder mit Gendarmen oder Gestionären, die sofort zur Stelle sind. Es gibt jedoch immer eine Minderheit von Klägern, die mit Hintergedanken hartnäckig auf ein Gerichtsverfahren drängen, nur um ihren Namen in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir sehen uns vor Gericht, lautet die Herausforderung. Wenn es soweit kommt, beginnt jede Hoffnung, dass die Stimme, der Vernunft sich durchsetzen könnte, unter der unaufhaltsamen Kraft der kochenden Gefühle zu zerbrechen und keiner der beiden Seiten ist gewillt, auch nur einen Millimeter nachzugeben, während sie sich auf eine gerichtliche Entscheidung vorbereiten. Bis ein verärgertes Gestionär, der schon längst jede Hoffnung auf eine erfolgreiche Vermittlung aufgegeben hat, im verzweifelten Tonfall dazwischen funkt. Also gut, ich respektiere euer Recht, die Sache vor Gericht zu bringen, aber bevor ihr das tut, müsst ihr die folgenden Vorbereitungen treffen. Wenn ihr das Urteil für ungerecht haltet, könnt ihr nach der Urteilsverkündung vorschlagen, die Angelegenheit durch ein Repräsentantenduell zu regeln. Meines Wissens ist Fräulein Chlorinth jüngst zur Duellrepräsentantin geworden. Ihr, sobald der Name Chlorinth fällt, verstummt das Gezank abrupt. Denn der Name dieser ungeschlagenen Duellrepräsentantin ist allen wohl bekannt. Unter ihrer Klinge zeigen alle abscheulichen Taten, die darauf abziehen, unter dem Deckmantel des Anstandes aus dem Erfolg anderer Kapital zu schlagen, ihr wahres Gesicht. Sie hat noch nie eine Niederlage in einem Duell erlebt. Ähm, äh, ich nehme an, es ist nicht nötig, so weit zu gehen, oder? Auf diese Weise werden solche von Hintergedanken geprägten Auseinandersetzungen auf dem Marktplatz vorübergehend aufgelöst. In der Gestionär sieht, wie die beiden selbstsüchtigen Händler mit hängenden Ohren den Ort des Geschehens verlassen, lacht er wissend, klopft dem Jüngeren noch immer verständnislosen Kollegen neben ihm auf die Schulter und sagt, siehst du, das Schwert ist eben doch mächtiger als die Feder. Schön, dich kennenzulernen, sei gegrüßt. Ich bin Chlorinth, eine Duellrepräsentantin am Hof von Fontaine. Wenn du meine Dienste in Anspruch nehmen möchtest, dann schildere bitte, warum es in deinem Streit geht. Du kannst alle unwichtigen Details weglassen, die gehen mich nichts an. Ein Geheim, äh, Geheimnisse des Erfolgs. Ein Duell ist ein Kampf der Willenskräfte und das Schwert eine Verlängerung des Geistes des Duellanten. Wenn dein Herz vor Angst zittert, kann dein Schwert auch gleich in der Scheide bleiben, da du es gegen deinen Gegner nicht wirksam führen wirst. Es hat aufgehört zu regnen. Der Kampf zwischen Wind und Regen scheint sein Ende erreicht zu haben. Über Chlorinth, Nachrichtenbeiträge Jede Zeitung leidet unter Berichterstattung, die weder besonders ehrlich noch im Mindesten gerecht ist. Manche Autoren lassen es zu, dass ihre Ansichten durch persönliche Verbindungen oder Bestechung kompromittiert werden. Wenn man die Wahrheit über eine Situation herausfinden will, ist es am besten, die Leute aufzusuchen, die direkt darin involviert sind. Stell deine eigenen Fragen, dann gelangst du zu eigenen Schlussfolgerungen. Lass zumindest nicht zu, dass sich dein Verstand nur der Begriffe anderer Leute bedient. Chlorinths Sorgen Ich hoffe, dass diese Journalisten aufhören, mich zu belästigen. Während ich lediglich versuche, einen Kaffee zu trinken, einen Strauß Blumen zu kaufen oder ein Buch zu lesen. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, Klage einzureichen, um an ihnen ein Exempel zu statuieren. Wenn sie dann ein Duell verlangen, lasse ich sie ihre Kamera mitbringen und der Fairness halber nehme ich dann auch nur eine Kamera mit. In der Wüste. Ich habe in meinem ganzen Leben von Tane noch nie so sehr vermisst. Sorry. Die Beute wird an regnerischen Tagen normalerweise rasten, nicht aber der Jäger. Ja, also an sich ist sie auf jeden Fall ein cooler Charakter. Fähigkeiten habe ich eigentlich auch schon alles gesagt. Ja, das mit dem Eid des Lebens, dass man sie dann nicht heilen kann, das finde ich halt nach wie vor einfach irgendwie blöd. Bin ich einfach kein Fan von, ich sage es wie es ist. Ich denke halt, bei ihr wird es auf jeden Fall besser sein als bei Alicino. Weil bei Alicino ist es halt schon nervig, weil du kannst dich halt wirklich nur mit der Spezialfähigkeit heilen. Und vor allem dann, wenn du Gegner hast, die deine Elementarenergie verringern und es dadurch schwieriger wird, deine Spezialfähigkeit immer zu haben, ist es halt echt ätzend. Da ist halt bei Chlorint offensichtlich den Vorteil, dass die Heilung erstens in mehreren Schritten erfolgen kann. Und außerdem, dass sie halt eben nicht von der Elementarenergie, nicht von der Spezialfähigkeit abhängig ist. Also nicht zwingend. Und von dem her, ja, ist das halt schon mal auf jeden Fall ein Vorteil. Grundsätzlich sieht sie auch echt cool aus. Wie gesagt, also, oder wurde es, glaube ich, schon mal gesagt, also ich finde, sie ist so ein bisschen, erinnert sie mich an. Na gut, das heißt, na gut, ne, meint eigentlich nicht. Vergesst du es. Ich sage es lieber nicht, sonst werde ich ja doch gelünscht. Aber ja, auf jeden Fall coole Figur. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie nicht pullen werde. Weil ich jetzt habe schon Alicino gepullt, was ich eigentlich nicht vorhatte. Ich habe ja gesagt, ich spare auf Utao oder den nächsten Yoimiya-Rerun, was auch immer zuerst kommt. Und das habe ich gebrochen sozusagen. Und von dem her, ja, werde ich mich diesmal auf jeden Fall dran halten. Und genau. Aber jedem von euch wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß und viel Glück, falls ihr sie pullen werdet. Eine Woche oder, ja, nicht eine Woche, zwei Tage haben wir noch, ne? Ne, drei Tage? Drei Tage. Und bis dahin sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, ein Like, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.